drinnen oder hallo und willkommen zum naja ersten Part von Let's Play zu gehen war bei der Fieber vorfrieden wieso zu gehen um weil heute spiele ich mit einem der ist auf YouTube den Namen habe ich gerade vergessen es war nach meiner Tags genau meiner Tags Entschuldigung erst ein bisschen neu auf YouTube und deswegen habe ich kalt haben deswegen habe ich gerade halt den Namen vergessen okay um mit dem Zocker Scholl zusammen das ist der allererste Part wie gesagt von Let's Play Together wenn wir die Gruppe und jetzt wurde ich auch gilt so ein und Prozent schon im Game oder was ist ja ich nehme gerade aber ein ganz alleine manchmal gehen ja jetzt fängt sich ich habe schon eingenommen ich hoffe man hört meiner Tags um ganz gut hoffe ich wenn nicht dann er kann ich nichts dafür ich bin unschuldig und ihr auch also wir haben nichts getan ihr seht wir sind auf der Map Myanmar eigentlich wollten wir die Map Basra aufnehmen oder Oman oder irgendwie sowas in der Richtung aber dann hat er doch halt gerade Myanmar geladen weil auf dem Ladebildschirm wollte ich halt kurz alle schnell erklären und deswegen damit wir halt damit ich halt nicht alles umgehe das ist immer blöd wenn man da nicht aufnimmt dann ist man immer Prozent vor der Probe sag ich mal und wenn man dann halt aufnimmt dann hängt es ein bisschen und dann ist man super schlecht mit 300 Punkten ja aber ich bin dann auch für der Außenseiter du nimmst auf und die ganzen Küche könnte ich sehen die ganzen dieses Video angucken ja und ich ich lauf hier in der Gegend um und hab keine Ahnung aber sie den gleichen keine Ahnung ja ich habe eine die mit den gleichen okay ich habe lange nicht mehr mir mal gezogen von der Spiel okay wie sie ich bin wieder mit dem Astor unterwegs und ich bin das ist immer noch verbessert also mit den ganzen Verbesserungen mit der M mit an wie sie mit der Anvisierung hier also fahren jetzt hier und die M die Muni ist auch ein bisschen besser das alles ich bin ähm ich bin bei 10 bei 10 getrennt ich kann gar nicht tun wo und schweißen und mann im Gehmini aber nein ich versperre mich nicht ich bin ja nicht bis hier wollte wolltest du nicht eigentlich noch sagen dass du noch ein anderes Aufnahme Programm genau um denn dass du mich daran erinnerst er hat mich gerade daran erinnert weil ich will es in die Ecke ob man Alter was was war das gerade für ein Lecker der gerade richtig gehen die Hände äh darum ist ein Gegner ich erzähle ich aber darum ist kein Gegner und hübsches also ich nehme immer noch mit die Story auf die Grafik und so ist super mit dem er auf dem Programm und wurde gekült die am Grafik ist super alles und vielleicht haben wir doch auch im 14 Part gesehen die Grafik ist einfach nur genial ähm und es läuft auch einigermaßen flüssig aber das Blöde ist bei der kostenlosen Version nein ich hab sie nicht gecrackt sie ist ganz legal bei der ist das so dass da halt so ein riesen Wasserzeichen ist wo halt Dickstory.com draufsteht also so ein Wasserzeichen bei dem 14 Part gesehen hat was was ich mein und ähm das ist halt ein bisschen blöd für euch aber dafür ist die Grafik einfach nur genial und ähm wenn ich das halt auch noch in HD render dann ist das einfach nur Hammer für euch würde ich mal sagen halt das Wasserzeichen naja aber naja wer beachtet das schon ne wer braucht schon Wasserzeichen wer beachtet schon Wasserzeichen naja aber ähm ich suche immer noch nach einem Aufnahmeprogramm unter Händen habe ich den Kopf und er werden es für mich weiß der könnte mir möglicherweise Bescheid sagen ähm ich hab schon tausend ausprobiert ja die meisten würden bestimmt sagen Frierex aber bei mir hängt das ein bisschen so na genug gelabert wo bist du gerade meiner meiner Tags ähm ich lauf gerade in Richtung D und H war eingekillt na cool ich bin auch gerade nicht auch Mann bei mir in der Falle äh bei mir in der Fall ist geil ey ich seh dich du bist ich bin hier bei mir beim Baum und du bist im Wasser auch Mann Skype in der Falle bei mir zwar richtig okay ich renne mal in den Bau hier oh Gott wo bist du hin Scheiß bei mir in der Fall ist geil aber ich sehe ich hab nur noch vier Leben ich bin jetzt unter der Brücke wie so ein Obdachlos nein ich bin gestorben ja ich sehe es aber tut mir leid ich muss gar nachlachen du auch mal übernehmen nefft alles geipfoll wie gesagt ach man das soll das scheiße bist du wiederbelebt oder bist du nein ich bin gespawnd worden bei B scheißen ich bin meine Brücke doch bin ich nicht mehr aber ich bin schon wieder tot als immer gleich wurde gespawnd und zwar bei ihnen wie hinter diesem Palast weil wir so und bei B Weichkeit Oh nein der ist ein nein ein Panzer nein ich werde gleich gekillt von einem Sniper das Boot dahinten hinter den Felsen Hilfe ich brauche Hilfe nein tu es nicht tu es nicht wie Gegner Kärmischer Hälter Schwede bis sie gestorben ich bin nicht gestorben und nicht was mit Köln ja ich habe sogar um die Ecke war richtig geil was du hast 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 okay der Sieg ist schnell dringend um oh hallo der Stadler hat das ist ja auch mal ihn und ich werde nicht aber auch schnell ich habe doch hier zieht mir ja so ein Leben hat er doch gleich auch gar nicht er hat nach mit der Info als er hat er ich bin jetzt tot hat doch gerade gesehen er ist mehr und um das ganz praktisch dort ist die M das ganz praktisch wiederbegeben also er kann mir nicht jetzt gehen er kann mich wiederbeleben M Achtung es kommt zwei Autos und auch in Form an die Uhr und ich ehren ein Inhalt nun geben und die Mose und bei mir ist gehalten kann die ganze die man an und ich weiß wort mich mehr das kann ich mich nicht mehr aufbauen bei mir nervt gerade dies ich hoffe er hat das kann ich gehört aber ich schätze schon bei mir hat gerade irgendwie man im Chat was geschrieben und dessen 9 nur ich sie wollen die Halskulisse wir sind immer noch immer noch im gleichen Team und ich trinke meinen Halskulissen vor allem das heimlich ich habe mich ein Arzt gehört nur ein und er vor allem wenn ich es ankündige ist ja auch wenn das heimliche bisher alle okay um nehmen auch da ist Tänk im Weg du bist nun und ein Indien schlau in Richtung B Schlaupt und A und schon wo man sich die Einladung und er ist tot ich hoffe man versteht ich bin nicht ich bin nicht schlecht am Mann der mich rückwärts überfahren mit Jürgen der Kielka ist ein Volk als erster ich habe mich immer wieder neuer ich bin bei B man hat mich an der Angelegenheit auch der Überfahrt aber der eine gerade in der Kirche der an ist gerade um in der Baumfolge war ich dachte schon das Auto explodiert das wäre es heile in Halle das war so geil das mit Baum 5 5 wenn ich habe auch ein Auto und er natürlich zeige ich gerade wieder meine schönen Fahrkünste wie ihr wisst kann ich super Auto fahren es fehlt auch nicht in einem und du kannst du kannst du kannst ja auch super singen gell ein Jahrhundert ich spiele halt ja als Medik wir schon gesagt hat und zwar mit der Mg 36 du bist doch mit was um meiner Tags zockt ich glaube also angeblich soll die Mg 36 ganz gut sein du hast auch gesagt die ist super also ich kenne die zwar noch nicht angetestet und so aber ich will sie auch mal demnächst ich weiß gar nicht welche Stufe die Mg 36 ist falls es jemand weiß ich glaube ab Level 1 1 2 1 ja das deswegen war es auch bisschen viel teurer als also ein also angeblich in der wir eine 20 und wurde reingekrieg also meiner Tag sagt m ab der wir 21 aber auch als jemand jetzt genau weiß weiß also also falls er falsch liegt ähm kann es ja jemanden kommentare schreiben falls es genau weiß aber halt und meinst du warst älter all das sind das gerade für eine ex gewesen das war gerade richtig ich bin ich bin und du hast gehalten muss dann fallen ein leichter Kälte er hat auch nicht vieles aber nicht von uns die großen deswegen er muss ich mich unterdrücken dafür stehen wir schon ja ich bin auch ein bisschen erkältig ich hab mich so kommen auch mann eh ich will die Hilfe der PP 2000 wo 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 bist du denn ich bin tot nach wo ich war bei ich war bei dir und jetzt bin ich bei 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 ich auch bei A Heidus das kann ein Fahrzeug weg ist immer ein ich kann ich mir stehen ja ich bin ich mir wusste älter hinter dir danke jetzt hock ich so weniger erst als in meiner tats um ist auch gerade ein wort nahe in fehl du hast du das war doch gesagt dass ein anderer schlecht gefahren ist und nur okay neun scheiß ich habe aber er hat überfahren ich habe den Tänk und er hat noch 600 live Fertig also wenn es so entstehende auch Gott wie komm ich mir raus so geht und ich krieg dich ich will nicht schweiz mal zu zählen mit dem Tänk kommst du auch die Korinther gegen ist leider vorbei ich bin fünfter und ich würde sagen ich bin noch gewonnen noch eine Runde um die Gug mit gleich also wir machen erst mal eine kleine 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 aufnahme pause weil damit ich auch erst mal gucken wie lange der Part ist und damit ich das halt umbenennen kann und damit ich halt dann zurechtfinde und nachher nämlich umsperre und erinnern nachher die Part zu spät kommt in einem kleine aufnahme pause und ja schon an auch schon da noch schönes Leben noch schön bis denn die Leute bis nächstes mal Jörg Schau